und die Welt wird auch machen und damit kommen die sie im Tag da hat er sich und in der Städte wenn die Bühne wir sind sie in das ist unser zweitens sozusagen sozusagen der Mädie Mädie gibt es auch und die Woche zwei Matches sogar da ist übrigens auch für die Woche Prozent oder für letzte Woche war der Pieter und Thomas Schäfer das sind damit ist das ist das ist ein Wort also manche Daten zu dem Robb der Gäste der Zeit und dann kommen die kontrahenten mgs feinde es ist ein er wollte ein handicap match hat er direkt gesagt ja knallhart zu leo rush dass er ein handicap match möchte ging es ging kohlen und natürlich für mjf auf vorbereitung auf diese woche freitag auf passion denn dort wird er sein mann dc im teil der red scharbe der marco ist auch dabei gegen mjf gegen mit dem großen namen mann das sieben kopf hat moxie tom lorra erstmal in die fresse von kopen mal schauen wie sich kork sind und elmaro hier natürlich sind es nicht die Favoriten wie die sich ja Oh, Pylriver Der ADD ist jetzt schon schlafen gegangen Wo ist das am JFD dieser bei AW-Match verloren? Ja, ja, dank Punk Ich dachte, der hat einen JCM schon an, was war in der Stuhl Was wäre cool, wenn man eigentlich Smudge machen könnte Ja, du kannst aus WWE-2K noch so viel rausholen Was wir gar nicht im Kopf hätten Allgemein aus dem Jüngers-Mode Und nochmal Aufschluss zu bringen Lassen uns das zweite Weekly Die wird jede Woche Dienstag Also quasi nach Pärchen laufen Wir werden einen Rückblick heute noch auf Pärchen haben Wenn wir eine Vorschau quasi auf die dieswächige Pärchenepisode haben Und Ja, und wenn hier immer so drei Menschen so ungefähr haben Oder ist es ja alles so ganz schädlich Wir sind europaweit, nicht wie mit Pärchen, wo es nur deutschlandweit ist Wir sind hier mit Dark europaweit Oh! Denkbrek! Das ist natürlich dann die eigene Schuld, ne? Ja Oh! Das ist das, dass ich siehe! Da kann sich der JLF auch noch befreien Und Natürlich Boah! Der JLF hat den JLF geschlagen! Ja, der JLF hat sich doch selber zuzuschreiben Oh! Was ist denn hier mit MJF hat sich hier zu weit aus dem Fenster gelegt, muss man einfach mal sagen Ja, vor allem sollte er vielleicht auch nicht machen vor seinem großen Match diese Woche noch gegen Tom Lawler Wo es ja auch um was um was geht, nicht? Also das muss man ja wirklich sagen Oh! Voll in die Kitchen-Singer Aber das ist dann so typisch MJF-Sachen, die man nicht von ihm ahnt, die macht der halt, ne? Ja, er ist halt better than you And you know it Ja! Sein Tag Team Zusammen mit Omos Die beiden haben aber noch gar nicht zusammen gesehen Na gut, die Show gibt es ja jetzt noch nicht lange Die beiden haben ja noch gar nicht zusammen gesehen Vielleicht gibt es da auch mal irgendwann bei Darko oder so ein Tag Team Match zwischen den beiden Vielleicht ist Omos ja diesen Freitag auch an MJFs Seite Ja Boah! Elbow Drop! Elbow Drop! Natürlich MJF hätte das Match hier glaube ich schon lange benden können Weil die beiden Sind ja Boah! Die Jobber hier Oh! Nochmal der Piledriver, diesmal ging El Margo Ja MJF wärmt sich, also MJF Er hat ja auch schon im Interview gesagt Dass das für ihn ein Aufwärmen Match ist Ja Und er hat natürlich sein Lieblings-Move gemacht Das ist natürlich sein Lieblings-Move, den macht er ja gerne Der Piledriver Ja, den hat er öfter auch in der Vergangenheit gezeigt Ja schon da Und er hat auch mit Tom Lawler an diesem Freitag einen Mann, der sich sehr, sehr ein Mixed Mausler auskennt Wie man die einen E-Falter von der Juicy Also das auch hochkarätiger Name Und da wird sich weiter eingetreten und eingeschlagen auf El Margo der eigentlichen Hilflos ist, oh! Boah! Wir haben außerdem, nochmal kurz noch zu sagen, wir haben außerdem an diesem Abend noch zwei weitere Matches Wir haben im nächsten Match Hook Gegen Alexander Wul von Vom Imperium Imperium, genau Und im Main Event werden wir MJFs Team-Partner sehen Wir werden Ombos sehen Oh, was macht denn hier MJF? Oh! Wunderschöner Driver Und Cole Quinn guckt da ganz böse Der ist sauer Der ist richtig sauer Weil sein Maid El Margo hier nicht zeigt, was die beiden in Pro-Japan-Wrestling machen Und wechseln mit Cole Quinn Der aber Boah, schöner Schlag von dem Endeff und noch ein hinterher Und Melbo Tritt Und die Strecke Nochmal der Elbo-Drop Anscheinend schon Das sieht auch die Fühle über den Halbungen, den Ring drüber Und enthält sich das Mädchen zu Ende machen Das Salt of the Earth Salt of the Earth und Cole Quinn MJF hat das eigentlich komplett wegdominiert Es gab kurz mal eine Fahrer, da kam Cole Quinn rein Aber El Margo und Cole Quinn Die beiden Werde eh keine große Rolle spielen Hier hat man kurz gesehen, da war Cole Quinn kurz da Dann auf diesem Finier Aber in dem MJF noch gar nicht so rauskam Oder hier der Driver Zack, wunderschön gemacht Aber man hat gesehen, es hat nur ein Fluss Und sie dann Salt of the Earth Dann hat er schon viel zum Teppen gebracht Und die sind noch anderen, finde ich schon Aber ich glaube nicht Nichts Und Maxwell Jacob Friedman MJF Da zeigt der Roster El Margo, dass er sich hätte wagen sollen, dass er in den Ring kommen brauchte Ja, und MJF scheint hier dominant und Deutliche Zeichen Richtung Tom Lawler An diesem Freitag bei Passion Wir kommen zum zweiten Match von Dark Hier aus Paris Und wir haben Zuerst einmal Hat Axel Hat Axel schon mal ein Match bei uns gehabt Bei der ersten Passion? Ich weiß es gar nicht War klar, dass das Tor hier den Pushkas Award kriegt Noch moin niger Oder haben wir ihn? Die Welt, die 5 Pro World XA ist da John Aroma, Bonucci, Diaz Alaba Jardinio, Cantete, Bräune, Haaland Lewandowski, Messi, Ronaldo Top Haben wir ihn? Axel Zischer Aka Alexander Wolf Alexander Wolf Alexander Wolf Der Mann von Imperium Wir haben bisher von Imperium nur einen Mann gesehen, den ich weiter Walter Walter Im Schäfer Match Scheiße, ich will die Vox zum Fall nochmal Aber ich kann den Song nicht Den Song muss ich noch lernen Der ist schon geil Auf jeden Fall kommt ein Motherfucker vor Ist ja auch geil der Song Der Song ist mega Chairman's Intent heißt der Song Axel Tischer ja eigentlich kein Einzelkämpfer hier Nee, er hat Imperium dabei Aber nicht die andere Seite jetzt Nee Okay Ich glaube auch weil Walter Oh Ich glaube auch weil Walter ein bisschen Chaos ist und sich Fabian eigentlich noch Aber ich kann mich kümmern müssen Achso wir haben hier Infos Dass Roman Reigns noch Dass es noch nicht fest steht ob er seinen Koffer behalten kann Das werden wir erst bei Passion erfahren Weil der hat sich anscheinend sehr verletzt Das hat man auch nach dem Match gesehen Wir hoffen dass alles gut wird Ja Aber das war natürlich krass für ihn Ja Gewonnen und muss ihn aber leider direkt wieder abgeben Ja das wäre natürlich schade Wir werden sehen wie unser General Manager Leo Rush das am Freitag Wie unser General Manager Leo Rush das am Freitag Klären wird mit Roman Ob Roman das sagen wird Ob er selber das sagt Ob Roman überhaupt da ist bei der Show Das weiß man alles gar nicht Und was sollte der Koffer vakantieren was mit dem Koffer passiert Genau Jetzt der Big Boot aber nicht Nicht der Big Boot Nicht mit hoch One Two Nee Da kommt Axel Gras noch mal raus Oh je Alexander Wurf bzw. Axel Gras auch in Realife Hält die beiden Word-Teile der zwei größten deutschen Liegen Welche? WXW und GWF Word-Trends WXW und GWF Word-Trends Wurf Wurft 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 Stark geklauft Wurft 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 Aber Existische der Faller denn natürlich auch am Kommentatorenpult der Engländer steht der Ecken der Amerikaner vor allem steht er auf Bruder der Pflicht er hat sich auf den Gestellter und guckt zu oh hier ist mein Sand Sandhook oh das ist natürlich ein Schlag den kann er nicht vertragen der Alexander Wulff aka Axel Tischer ich weiß nicht wie wir ihn nennen keine Ahnung der Alexander Wulff natürlich kann ein manchmal auch exaktisch aus es aus dem Bürger der Handlung sogar der gute Axel oh ja und jetzt aber Huck ist natürlich hier sehr 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 drungen an der Stärks oder der Huck-Plex was macht Huck den haben wir schon in seinem ersten Match gesehen oh mein Gott da zeigt sie es ging natürlich sehr auf den Nacken aber er scheint zurück zu kämpfen natürlich auch Erfahrung nicht ja er hat sich schlack auf den Rücken er hat sich schlack auf den Rücken aber aber ins Leben er zeigt nur noch weiter was in Elbe noch von Leitz er guckt nicht mal bis eins boah was ein Schoderblock von Axel Tischer aber cut in die Magenregion boah da fährt er einfach um ja da war einfach Ende mit Axel und dann nochmal Axel sieht auch so als hätte er was mit dem Nacken ja nach dem Move von Huck wir haben schon mal gesehen und wieder auf den Nacken wieder auf den Nacken wieder auf den Nacken von Axel Tischer also Alex in der Hube jetzt habe ich mich an Axel Tischer gewöhnt man, man, man und das geht wieder auf den Nacken und auf den Hals und auf den Kopf auf alles aufs obere Gelenk des Kopfes auf die Würbel auch ja und nochmal der Testplex jetzt soll der Coquina-Trasch glaube ich kommen der Redram und Hook mit dem Redram Sand Hook an der Stelle da kommt Axel Tischer auch nicht raus da tapter die nächste Niederlage für Imperium aber ein weiterer Sieg für Hook ja der sich ja langsam aufbaut ja, zwei Meter zur Folge gewonnen und ich meine, Axel Tischer kein kleiner Name, mein Gott da war es der Tiger Suplex da war es hier der erste Testplex jetzt sehen wir wahrscheinlich nochmal genau den hier da und hier nochmal der zweite Testplex mein Gott, ich leg das raus und Hook gewinnt sein zweites Match und oh, da liegt da auch der Alexander Wolf ja, der scheint K.O. zu sein und bevor wir zum nächsten Match kommen hier nochmal ein Rückblick auf Passion Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten JCM-Show nach der Rückkehr Hallo und herzlich Willkommen bei JCM der besten Liga der Welt und wir werden euch zeigen warum das so ist außerdem werden wir um den JCM-Titel ein 12-Mann-Turnier haben wo heute noch ein Platz ausgekämpft wird und der Rest steht schon fest Welcome to JCM sagt am Ende nochmal wir kommen zum ersten Match und es ist Brian Cage gegen Mike Canales und der Ringrichter hält ihn zurück das ist vielleicht die Schocks für Canales aber nein der Ref wird getroffen der erste Ref-Bump Direkt im ersten Match hier und sag mal vor das ist wieder ein Powerbomb Alter dieser Mann das gibt es nicht der Mann der macht Bock auf mehr und einfach mal runter einfach weg mit dem hat der gerade eine Hand hochgehen ja der arme jetzt ist es soweit er macht da weiter da ist Blut bei Mike Canales das erste Blut dieser Show und der F5 den Finisher kennen wir von ihm das ist Weapon X und natürlich das Cover hinterher 1 2 3 Alter wie klein das nach einem Finisher war ja Bobby Lashley gegen Moose Moose und das ist er hat der Schicht getroffen oh oh was macht er jetzt vor schon wieder aber diesmal nicht diesmal nicht und oh er hebt Moose einfach so hoch braucht er schon den Dominator Running Power Slam starkes Ding von Moose würde ich schon sagen oh ja nochmal ja geil so oh Dominator der kam ganz unerwartet mit dem haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet mit dem haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet und das Cover 1 2 3 Bobby Lashley ganz überraschend muss ich sagen ja aber mit dem Dominator hat glaube ich Moose auch nicht gerechnet wir kommen zum ersten Match im im World Title Tournament und wir kommen zu Heves Slater Baby Agatid Heves Slater ist im Turnier und ich möchte mal kurz was zur Hölle da kommt Kenny Omega und Taiji Shibori Kenny Omega ist hier Heves Slater King ich wollte eigentlich gerade noch erklären Kenny Omega Springer ich war Oh Gott jetzt geht das Match offiziell los ey also Kenny hat mal richtig Bock ja die Hose geil von Kenny? ja Oh Neckbreaker ja oh Gott Oh Gott Reverse Frankenstein Double Underhook Double Underhook Piledriver was soll der One Winged Angel folgen One Winged Angel und das war es eigentlich aber Kenny aber Kenny pinnt nicht tief in die Seile oh 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 Kenny Omega hat ihm einfach den Kopf abgeschlagen gerade nein 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 Double Underhook Piledriver zum zweiten Mal und der zweite One Winged Angel jetzt geht das aber beenden One Two Three siehst du wie Heves auch einfach zu warmen der war einfach am Ende und damit ist Kenny Omega in der zweiten Runde und wie gesagt schon quasi im Halbfinale des JCM Titeltonneos und er möchte seinen Titel zurück haben vierten Match der Match Card und es ist Debüt Time und er kommt da Hook es ist einfach Sendhook Hook direkt mit das Spinning Thinner und Powerbomb oh mein Gott da merkt man wie athletisch der Mann ist und einfach mal hochkommen und Powerbomb der arme Tyler Bretz nicht schon wieder ist es wieder dieser Alter ja Hook wo könnte es jetzt schon wenden wa Nein gegen oh oh das ist der Testplex oh mein Gott dass er das mit so einer Wucht kann das ist schon hier sehen wir es nochmal das ist schon lobenswert das grüßen auf den Kopf dort oh ja ich glaube ihm wird sie nicht mehr weitergehen aber natürlich ist Hook noch nicht fertig Spinning Thinner Powerbomb One Two Nine Oh Gott der One der Hafenhaftung der Zug mit dem Redrum Redrum und das war's Breeze Tapped und damit haben wir einen Sieger es ist Hook so ein Hook gewinnt sein erstes Match wir kommen zum zweiten Match im JCM Titelturnier wir kommen zu The Spanish Guard Sammy Gavara da ist er The Headbanger El Phantasmo Phantasmo oh war das ein Double Full Stomp ich glaube oh das war aber richtig iglios Sammy ist hier bisher noch nicht so in dem Match drin muss man mal ehrlicherweise sagen ne oh ho 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 oh das Sammy der Arme oh Crapstomp oh das ist natürlich nicht gut oh der Ref der Ref aber Sammy ist komplett komplett im Arsch Phantasmo und der Ref diskutieren hier und Sammy von hinten Sammy von hinten oh was ein Rock Bottom wird das wird das der GTA nein oh Double Knees oh ja da ist Ishi Mori das meinten wir da ist Ishi Mori oh da kommt Phantasmo ganz schnell rein roll up er hat die oh Road Break geht es hier auf Ishi Mori los oh da kommt aber Phantasmo hinten oh jetzt macht er jetzt vor oh 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 der Rock Bottom Sammy muss hier einstecken aber richtig also L LP alter oh god nein Flip Piledriver uff und nochmal der Crop Stomp was hat er jetzt vor oh my god die Front Senden jetzt hier mit dem Torture Rack Neckbreaker aber das Pin dauert ein bisschen zu lange finde ich Cover Road Break Road Break Sammy konnte da irgendwie das Bein ans Seil bringen und was hat er jetzt vor Double X Hangle Manhattan Drop und boah er macht den Hardy Move hä Suicide Kick nein wieder gekontert in den Double Knee Backbreaker was hat er vor den 6 30 Centen und 1 2 3 ja das war ein sehr sehr gutes Match zwischen zwei würde ich mal sagen Wrestler die sehr underrated sind vor allem ich finde LP im Singles Bereich echt krank underrated weil er ist ja eher der Tag Team Wrestler aber ich finde Single könnte er auch was erreichen und willkommen meine Damen und Herren zum Co-Main Event von Jesse and Passion und wir haben hier den ersten und das ist das dritte Turnier Runden Match also das dritte Runden äh das dritte Match erstrund Match hier am heutigen Abend und das ist von der Unisputed Era Adam Cole Adam Cole Brock yes Na so würde es jetzt ein Paul Heyman sagen den er an seiner Seite hat den hat er jetzt schon seit Jahren an seiner Seite weiter vorlesen sie wollte mitgelegt hat die arme in die gruppe jetzt kommt suplexe der erste suplexe und numero tres und ganz stark hier Adam Cole füllt nicht um er kriegt außerhalb des rings aber im kopf bleibt das ist ja diese lide er hier so trolling das sollte er lieber nicht machen ich sag ja man sollte es lieber nicht machen denn dann kommt rocklesner und macht ja auch einfach ein das war lust so dass so für heute lässt man am dritt und das gleiche noch zurückkommen oder das war ein bisschen und das war der macht was ich bin der macht das richtig aber das hat wahrscheinlich immer noch Bock f5 Nummer zwei glaube ich mehr zurzeit der Fall hier Und immer nach diesen Bitch-Steps von Adam Cole Muss er langsam mal lernen Oh Gott, der Neckbreaker Oh, da ist Paul Heyman Lenkt den Ref ab Oh, was sah jetzt vor? Kick ans Knie Wird das etwa Der Panama Sunrise Und Heyman rastet aus One, two Oh, kick off von Brock Lesnar Nein, nein, das reicht wieder nicht Das sieht sehr angeschlagen aus Als wenn er umverletzt wäre leicht zu kopfmäßig Natürlich Adam Cole nutzt diese Schwachstelle auch Oh, oh Ich hab's gerade gesagt Und bei Brock Lesnar Natürlich geht Adam Cole da Und tritt Adam Cole immer weiter ein Er kann sich lassen Aber das wird mit ihm wahrscheinlich wie am Straf von Brock Lesnar Oh Der arme Paul Heyman, lass den Arm noch mal in Ruhe Oder verfehlen So ein bisschen Probleme zwischen den beiden Nein, lass im Korso von ihm ab Oh, der Konter In die Powerbomb Pop-up, und der hält ihn fest Immer noch Oh, drei Powerbombs Powerbombs? Ja nicht Oh, Kimura Lock Kimura Lock Kimura Lock Kimura Lock Und das war's Das war In diesem, man muss sagen, aus diesem Move ist bisher eine Art rausgekommen, glaube ich Das war der Undertaker Ja Dürfte der Undertaker gewesen sein, ja Ich wüsste jetzt auch aus dem Kopf niemanden, der aus dem Kimura rauskommt Aber sagt Reigns vielleicht? Ne, ich glaub noch nie Ne, ich glaub, den hat er gegen Reigns auch noch nie gezeigt, oder? Hat er nicht? Ich hab mir alle Gezeigt die ganze Zeit in dem Move Ja, ich hab aber nicht alle Matches gegen Reigns im Kopf Oh, wir kommen Zum Main Event Von WWE Passion WWE Passion Man merkt, wir nehmen schon ein bisschen auf hier Ja Oh Wir haben auch, äh Wir haben auch Walter aufgenommen Und Ricochet wird auch nicht starten Punk Und sie Punk Zentimeter Punk Zentimeter Punk, meine die Freunde Wird auch nicht starten Von die Augen Ja, deshalb ist Roman Reigns The guy with the wettest hair Roman Reigns The guy that just doesn't care Andrade He He Es ist Aber das gab es auch noch nicht in der Geschichte von Jason Passion Es ist The Kingpin Will Osborne der Anführer des United Empires Und ehemaliger IWTP World Heavyweight Champion Und er wird mit Andrade Elidolo stand und Oh mein Gott, was ist das n'gal, der Hitze sah Roman Reigns Das Cover von Andrade Elidolo Kicker Sagen wir so, es ist das zu einfach viel Oh ja, wie geil Will Osborne, da kommt der Ring-General Walter Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ricochet Rennt einfach mit Reigns zusammen In die Absperrung Der Schlag auf die Brust Und Nummer 6 ist auch schon im Match CM Punk Und Running Thrill of Power von Elidolo One Reigns geht aus Boah, Punk packt sich da weiter Und schmeißen raus Und Superman Punch von Roman Reigns und Andrade Elidolo Und Spear Punk road weiter ab One Nur bis 1 Cover gegen Elidolo von Reigns One, two Three, Elidolo aus Das wird die Walter-Bomb Gegen Ricochet Ins Cover Nur bis 2 Punk, der sieht irgendwie nicht so aus Als würde man mit dem Good Kitchen essen können Und Ricochet ein Roller One Two One One Oh, oh Er hat weiter getroffen Ricochet Ricochet tritt weiter mit dem 630 Ricochet tritt weiter mit dem 630 Und Punk DDT gegen Rayman Reigns Rayman Reigns Genau, Rayman Reigns Oh, oh Jetzt wird Ricochet schlafen geschickt Go to sleep Cover One One Two One Nein Ricochet kommt irgendwie raus Oh, Superman Punch Oh, Superman Punch Oh Superman Punch Oh Robin Reigns geht weiter aus Alter, Alter Und Ins Cover One Two Nein Und Punk cover Ricochet, der Ref sieht's nicht Jetztse One Nur bis 1 So, als Ende für Punk Oh, guck mal, auch Ricochet draußen So Sparkle Dirty One Two Walter ist raus Und Anaconda weiß im Ring Wird das Die Elimierung von Ron Reigns? Nein Und Ricochet double nicht Ein Roller Nein Oh Die One-Handed Powerbomb Ins Cover One Two Three Das war's mit Team Punk Was macht er jetzt? Superman Punch Ricochet contact Mit diesem Facebuster hat er weiter besiegt Oh Upset Time vielleicht Vielleicht Upset Time Ricochet Six Ferdy geht durch Cover Ja, mit Champion One Two Nein Kick out von Reigns Und Ricochet kann es nicht fassen, man sieht es hier Noch einer vielleicht Noch 630 Noch 630 Und jetzt kommt der Speer und dann war's das Meine Meinung 630 ins Leere Superman Punch Nicht einer Das war jetzt vor Boah Ricochet ist schon eine Marsch, jetzt soll der Speergelenk Nee, Cover Cover One Two Three Der Schlack hat glaube ich noch mal rein dich rein Voll ich ja noch ein Punch glaube ich Und damit ist Roman Reigns Nations Trophy Winner Und damit Seem uns bei der nächsten Ausgabe Beenden wir diese Show Wir sind uns bei der nächsten Ausgabe von JC & Passion Bis dahin Und tschüss Und damit Willkommen zum Main Event bei JC & Dark Und das ist den überspringen wir direkt das ist nämlich in Englisch Das ist nämlich in Skosher Ich mag Elton eben nicht Ich hab den nie gemacht Nur mit seinem Wort Willenskumpel und hier kommt auch noch aus Und da mochte ich nicht Echt ich hab ich hab nicht mit mit Rusev gemocht Und da hab ich mir gefeiert Ich hab den nie mit dem wie ist der Von der wollen willens andere Idioten Simon Gottsch Simon Gottsch Oh mein Gott dass ich das wusste Das war die Zeit wo ich mit BW angefangen hab Das war jetzt halt wo ich mit BW geguckt hab Hast du angefangen? 2016 Ja wo ich hab 2014 angefangen ungefähr Da wo die Shield kam angefangen hat 2014 war das glory Die kamen sind 2013 die Mütter oder? Ich weiß es gar nicht mehr Oder 1212 oder was? Was ist das? Was ist das? Also auf jeden Fall kurz vorm Split Also wo es mit Wunsch Los ging mit der Habe zu zwölf die Bütze Ort Auch hier auch nur vor die Ja stimmt Ja Omos ist halt der größte Bonds Was sieht so aus Er ist der größte Denk Ähm Ne ich hab angefangen Ähm so Nach dem Roster split 2016 Aber Ron Zeckenspläne Ja Ah ok Also meine erste Show war tatsächlich die Smackdown Ausgabe vor Der ersten Only Smackdown Pay Per View Ah Also bei mir war Ambrose noch World Champion Wo ich angefangen hab Für den Tag wo ich guckte hab dann am Sonntag halbzeit gewonnen Da hast du erst mit wie angefangen? Ja Hast du vorher geguckt? Wann nicht 1 2 3 Das wars schon Das war es schon Das war es schon Hey Ich glaube, man sieht da, so bei den Axien ist ein Loch gewesen bei beiden. Ne, da habe ich erst angefangen, wie viel tatsächlich. Ja, was sollte man hier viele Matchs sagen? Omos hat halt komplett durchstummiert und gewonnen. Omos hat gewonnen. Das ist halt Omos. Also mal schauen, was er in Zukunft bringt, wa? Ich habe ja auch seit 2018, habe ich ja bisher wahrscheinlich fünf BMW-Chosen geguckt. Omos! Aber Omos, das ist halt... Ich denke mal, so wenn wir die Probleme, er ist hier erst Fakt. Er ist halt ein Team mit M.J.F. und sei von seinem Mentor, hat er gelernt, attackiert die Leute immer nach dem Match. Hat er mit dem aber nicht gemacht. M.J.F. M.J. hat sich nötig. Genau, das hat er. Wie er mal wegfliegt. Du fliegt er für drei Meter Höhe. Ja. Der wird in Englisch mal schnell nach England zurückgeschickt. Nee, das ist, glaube ich, ihrer, oder? Nee, der kommt aus Chicago. Meine Güte, dann wird der zu Punk geschickt, eben. Äh! Süß! Süß! Und damit sehen wir uns bei JC Impassion this Friday. Und damit sehen wir uns bei JC Impassion. Und damit sehen wir uns bei JC Impassion. Und damit sehen wir uns bei JC Impassion. Vielen Dank.